Liebe Gemeinde, eine sehr intensive Gemeinderatssitzung hatten wir gestern in der Olympiahalle und ich möchte Sie wie gewohnt über die wesentlichen Ergebnisse kurz informieren. Wir hatten zu Gast den Transportnetzbetreiber Terranetz BW bezüglich der süddeutschen Erdgasleitung, die nun auch in Nussloch Station machen soll, beziehungsweise über Nusslocher Gemarkung laufen soll. Es gab eine erste Information, schauen Sie sich gerne nochmal den Plan auf unserer App an. Der Gemeinderat wurde jetzt informiert von der Terranetz und wir werden jetzt in die weiteren Gespräche gehen. Als nächstes soll auch nochmal eine Bürgerveranstaltung stattfinden. Der zweite Punkt, der viel diskutiert wurde, war der Mountainbike Trail von illegal zu legal. Wir haben den Grundsatzbeschluss gefasst, dass wir den Strommastentrail nun legalisieren möchten und gehen nun in die naturschutzrechtlichen Untersuchungen mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe. Dann haben wir den Bebauungsplan für die Ortskern zweite Änderung gefasst. Hier ist der Aufstellungsbeschluss gestern gefasst worden. Die Vereinsförderrichtlinie wurde angepasst und auch eine Kehrmaschine wird zukünftig in Nussloch stehen. Wir werden eine eigene Kehrmaschine haben mit guten Zuschüssen. Alles andere können Sie sich gerne nochmal in der App nachlesen. Und am 16.03. findet die nächste Gemeinderatssitzung statt. Auch hier freue ich mich auf Ihren Besuch. Bis dahin, schönen Tag noch.